james cameron und arnold schwarzenegger wollten planet der james cameron und arnold schwarzenegger wollten planet der affen neu erfinden james cameron und arnold schwarzenegger wollten planet der affen neu erfinden in den tiefen der filmgeschichte gibt es geschichten die das potenzial haben die industrielandschaft vollständig zu verändern eine solche geschichte ist die zusammenarbeit zwischen james cameron und arnold schwarzenegger die anfang der 2000er jahre planten die ikonische filmreihe planet der affen neu zu interpretieren der geplante neustart hätte durch die kombination der visionären regie camerons und der schauspielerischen präsenz schwarzeneggers eine bemerkenswerte wendung in der entwicklung des science fiction genres bedeuten können die ursprünge des planet der affen die geschichte von planet der affen begann 1968 mit der verfilmung des gleichnamigen romans von pierre boule in dieser dystopischen vision findet sich ein astronaut in einer welt wieder die von intelligenten affen beherrscht wird während die menschheit auf primitive zustände reduziert wurde der film inszeniert von franklin j schaffner und mit charlton heston in der hauptrolle wurde ein meilenstein des science fiction kinos und führte zu mehreren fortsetzungen einer fernsehserie und zahlreichen neuinterpretationen james cameron der für seine arbeiten an filmen wie terminator und titanic bekannt ist und arnold schwarzenegger ein referenzdarsteller der actionfilme der 80er und 90er jahre entwickelten anfang 2000 die vision einer wiederbelebung der ursprungs serie ihre kreative zusammenarbeit versprach eine spannende neuinterpretation der bekannten geschichte das konzept der neuinterpretation die produktion der neuinterpretation von planet der affen begann mit einer einzigartigen vision james cameron berühmt für seine meisterschaft in der erschaffung faszinierender welten und zukunftsvisionen plante die geschichte in einem neuen düsteren licht zu erzählen schwarzenegger wäre als hauptdarsteller vorgesehen der als eine mischung aus mensch und affe agieren sollte um die grenzen zwischen den beiden spezies zu verwischen die innovative vision camerons sollte eine gesellschaft zeigen die komplizierter und vielschichtiger ist als die des originals dabei wäre die handlung tiefer in die soziale struktur der affengesellschaft eingetaucht und hätte die komplexen beziehungen und machtkämpfe innerhalb dieser hierarchie erkundet schwarzeneggers rolle wäre die eines generals gewesen der sich in einer existenziellen krise befindet und die grundlage der gesellschaft in der erlebt hinterfragt die herausforderung der realisierung die verwirklichung dieser neuinterpretation stieß jedoch auf erhebliche herausforderungen zum einen lag der fokus auf einer intensiven nutzung von damals noch neuen cgi technologien um die affen realistisch darzustellen cameron war bekannt dafür kreative risiken einzugehen und innovative technologien zu nutzen wie er es bereits bei terminator 2 judgment day und abyss zeigte jedoch wären die produktionskosten für diese ambitionierte vision enorm gewesen finanzielle risiken und technische hürden gepaart mit den hohen erwartungen der fans die eine weitere fortsetzung oder neu interpretation verlangten machten das projekt komplex und schwer umsetzbar hinzu kamen logistische herausforderungen und drehpläne die schwer zu koordinieren waren insbesondere das schwarzenegger als einer der gefragtesten schauspieler jener zeit gleichermaßen politische ambitionen verfolgte warum es letztendlich nicht zustande kam trotz der begeisterung und des engagements von cameron und schwarzenegger kam das projekt schließlich nicht zustande mehrere faktoren führten zur verzögerung und schließlich zur einstellung der produktion einer der hauptgründe lag in den kreativen differenzen innerhalb des studios und zwischen den involvierten hauptakteuren das studio das ursprünglich die rechte an planet der affen hielt war besorgt über die radikale abkehr vom original und den hohen finanziellen aufwand den die realisierung des neuen konzepts erfordert hätte hinzu kamen probleme mit dem drehbuch das mehrfach umgeschrieben wurde um den ansprüchen aller beteiligten gerecht zu werden was jedoch zu weiteren verzögerungen und unstimmigkeiten führte cameron selbst gab später in interviews zu dass das projekt zu diesem zeitpunkt womöglich zu ambitioniert war und er sich stattdessen entschied sich seinen anderen projekten wie avatar zu widmen erbe und einfluss auf den ersten blick mag es so scheinen als wäre dieser gescheiterte versuch eine randnotiz in der geschichte des kinos doch der einfluss des geplanten projekts auf die welt des films ist nicht zu unterschätzen james cameron und arles becker berühmt für ihre jeweiligen beiträge zum science fiction und action kino haben ihre kreativen ansätze und ideen von planet der affen in ihre späteren arbeiten einfließen lassen die technischen innovationen die cameron für das projekt im sinn hatte fanden später einsatz in seinen arbeiten an avatar während schwarzenegger seine schauspielerische vielseitigkeit weiter demonstrierte und sich letztlich stärker auf seine politische karriere konzentrierte in interviews reflektierten beide oft über das was wäre wenn dieses projekts und erkannten es als eine wertvolle erfahrung an die sie in ihrer weiteren karriere beeinflusste schlussfolgerung obwohl die neuinterpretation von planet der affen durch james cameron und arnold schwarzenegger nie das licht der leinwand erblickt hat bleibt die vorstellung kraftvoll und faszinierend es zeigt die unermüdliche kreativität und innovationskraft zweier der größten figuren des modernen kinos und lässt die kinowelt träumen wie dieser visionäre entwurf die geschichte des kinos hätte verändern können in einem alternativen universum vielleicht erleben wir eine welt in der diese version von planet der affen ein kult und kassenschlager geworden ist eine welt in der menschen und affen auf eine noch nie dagewesene weise interagieren und zusammenleben aus der niederfahrke dienstag 21 mai